Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Kater, Jörg, Krips, und Pankow. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meinst ich das also, Decker? Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, so lange es ist! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das verrestliche Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Bist das Feiglinge! Verreißer, Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmeich des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer im Klamm hält! Jahrelang hat das Militärme der Aktion nur verhindert! Es hat mich jeden, nur ein Schiffpicken... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle hoeren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein aus Missgestellten, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat gehübt dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie vergesaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, erfen Sie sich, der Fall ist! Er jagt mich wie eine Kugel durch den Kopf! Ich bin da, ich bin da Lockhart! Ich bin da, actually! Vielen Dank.